Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream, Highlights, Reactions, Realtalk und sonstigen Kram. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall bei diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal an, meine Freunde. Alle Links sind natürlich in der Videobeschreibung, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ciao. Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Meine Abmoderation ist... Das ist einfach nur noch ein Kauderwelsch. Kein Mensch der Welt versteht mehr, was ich hier überhaupt sage. Leute, wir haben heute folgenden Plan. Strobel ist wieder mit am Start und wir möchten heute gemeinsam Random Squats spielen, wenn ich das richtig sehe. Ist das so? Ja, bin mal gespannt, ob was für Leute wir treffen. Ja, let's go. Ready, Alter? Mal schauen, ob wir hier Kollegen Bratans, Bratinas finden, die eventuell ein Mikrofon haben. Bin mal gespannt, bin mal gespannt. Ich habe lange nicht mehr Random-Dings gespielt mit irgendwelchen Leuten tatsächlich. Müsste ich eigentlich mal öfters machen. Da sind manchmal echt lustige Kandidaten dabei, ne? Ja, manche sind also richtig coole Leute auch dabei. Ja, ja, ja. Manche erzählen ja auch einfach ihre Lebensstory oder so. Ich habe auch so drei, vier Leute in meiner Liste, die von der zweiten Season fort dann noch irgendwie in der FL haben, das halt einfach nur Randoms gewesen ist, weil ich früher keinen kannte, der das spielt, weißt du? Das ist richtig, richtig cool. Mit denen spiele ich teilweise immer noch. Nice Mikrofon, dude. Nice Mikrofon, dude. Hey, are you good? Oh my God! Oh my God! What do you want? Oh my God, your code name. My what? This is my favorite skin. Oh my God. Wish. Ah, me. Me. The elf. Yes. Oh, thank you. Yeah, this is my favorite skin. You ready to win? Yeah, I win. Hello. Oh, hello, my friend. Okay, where are we dropping, boys? Lazy Links? Sounds like a cold. Let's go there. I don't know where to go. You are pro, I don't know. Yeah, yeah, we are pro gamers. How old are you? Eleven. Eleven years old. Where are you from? Serbia. Are you streamer? We're both doing YouTube, yeah. How many subscribers do you have? Oh, not that many. Just a little bit. And some channel name, try and subscribe you. Oh, thank you. My name is like in Fortnite and for Strobel as well. You can check us out if you want to. We need subscribers, though. Richtig desperate hier, die Leute am mobilisieren. Leute, das ist Januar. Tode Hose. Where are you from, Bartos? Fallen. Oh, nice. Oh, nice, dude. You need help? You need help? From behind, from behind, watch out. Two players pushing you from behind, dude. One down. Both down. He's pro player. I'm very, I'm very good. Yes, yes, I'm very good. There's a blue AK if you want. You want it? Yes. Okay, take it. Thank you. Da vorne ist ein Lama, das sollten wir uns snacken, bevor die Kids das bekommen. Are you regularly going to school? Yes. Oh, nice. You go to school? Yes. Oh, you're from the Lama. Er ist schon cute, oder? Please don't take the bush. Why are you not in school? You got holidays? No. Are you just chilling? In one hour, I go to school. Ah, okay, okay. Aber er ist elf aufsprünglich, eigentlich ganz gutes Englisch. Er ist, er ist krass. At one o'clock, I go to school. Ah, nice, nice. English is pretty good. Der andere will gar nicht reden, weißt du? Ja. Der hasst uns. Der gehört, wir sind Deutsche. Kein Bock. How many wins you got? 14. Oh, that's good. We're gonna do another one then. But I hear one in solo and another in duos and squads. Oh, nice, nice, nice. So you're a team player? Yeah. Very good. I play with my friends. Bartas, why do you hate us? Er kann kein Englisch, glaube ich. What's your favorite skin? People's here. Yeah, yeah, a lot of people here. My favorite skin? Yeah. Ähm, Black Knight. Oh, ja. Hinter mir. Kacina spricht, glaube ich, unter mir. Er hackt mich. Lisa, get my friend request. Scheiße. Ach, Digga. Love you. Bye, bye. Haben wir auch gerade reinges... Das dürfen wir uns gleich nicht noch mal erlauben, Alter. Weißt du, wenn dein elfjähriger Junge aus Serbien ist, der die Schule schwänzt für einen Win in Fortnite, dann kriegt er diesen Win auch, weißt du? Ja, das Stimme war einfach gerade, er hat diegelpump gehabt. Das habe ich schon gesagt, ich hasse die Kombo. Ja, ja, ich habe auch direkt diegelshot, dann mach ich nix. Mach ich nix. Ja, Bartas konnte, glaube ich, kein Englisch. Wir fragen ihn, war so, äh, I don't know. Nee, ich glaube, Bartas hat uns einfach gehasst, weil wir Nachbarland sind. Aber krass, wie gut der Englisch konnte, der kleine Junge. Für den Elfjährigen wirklich krank, ja. Hallo. Hallo. Hallo, mein Freund. Wie geht's, Alter? Ich gehe... Woher bist du? Lazy. Ah, du bist von Lazy Links. Wie alt bist du? Okay, Freunde. Okay, Freunde. Okay, ja, wir sind Freunde. Ich schreibe dir eine kuriosere Freunde, okay? Ah, ja. Wie ist denn eigentlich der Englisch? Was labert der, Alter? Hamster kann gar nicht reden. Und der Typ ist komplett retarded, Alter. Ist der, der klingt wie ein Vierjähriger, oder? Ja, auf jeden Fall. Hallo, are you four years old? Oh my God. Oh, er ist so viele Leute, das ist ein ganzer Squad. Ich bin wieder down. Ja, die reden eh nicht. Alter, er ist richtig los, der ist richtig los. Ist er so schlecht? Ja, er ist richtig kacke. Oh my God. Ich aber auch, hast du gerade gesehen? Egal. Er ist gerade noch, oh my God. Ja, nein, ich wollte doch finishen. Na, ich muss da wieder raus. Wir brauchen nochmal ein Squad mit normalen. Digga, wir haben gerade mit einem Vierjährigen gespielt. Wo alles geile ist, einer redet da nie irgendwie bei uns. Und der andere redet mit sich selbst auf einer Sprache, die keinem Menschen der Welt spricht. Und immer, ja, ich schicke euch eine Friends-Request. Egal, wir haben nicht mehr was gefragt, ja, ich add euch dann. Hä? Der Typ war maximal vier Jahre alt. Hallo. Hallo, dude. Hallo. Are you good? Probably. Probably. Where are you from? I am from Croatia. Maxim, can you speak? You got a mic? Ey, Billionaire boy, was poppin'? You know Billionaire Maxim, Kuju? No. But he's a billionaire, you know? He's pretty rich. Okay. Let's try Fettel Fields. Okay, let's go Fettel, okay? Okay. How old are you? I'm 16. Oh, nice. Kuju, you ready to kill all of the enemies? Yes, of course. Okay. Let's have a tilt, a tilt, a players. Right on top. Main, main, main. Right, right, right. I'm getting pushed by two players. Have I knocked? Okay, let's go. Yeah, yeah, yeah. You say it, bro. We hate him, right? Yes. Such an idiot. Mach der Typ halt die ganze Zeit. Der macht ein bisschen Solo-Dings. Der hat auch noch keinen Kill, ne? Ja, ja. Maxim, no kill. I'm leaving. Unter mir, unter mir, unter mir. Oh, no. Nice, einer down. Maxim, einmal mal zwei Kills von mir gesnackt. Der eklige. Da ist der Heavy-Snapper mit. Oh, nice. Granate, Temo. Here, tag, 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 tag. Ah, thanks. Yes, I love you. I love you too. Do you want to marry me? Yes, of course. Okay. And have a baby with you. Yes, I would love to have a baby with you. Von mir? War ein gekillt von den beiden? Oh, er kommt jetzt aber richtig durch die Granaten. Oh, mein Gott. Alle geholt? Irgendwann hat er gerade den Multi-Kill gemacht, ne? Ich hab's gesehen mit den Granaten. Oh, top. Bravi. Yes, nice, bro. Maxim schießt wieder auf irgendwen? Der Typ ist heiß, Alter. Der ist hungrig. Hey, baby girl, I got you. I got your back. You know, I love you so much. I would never leave you alone. I love you. Okay, we need to hurry. Hey, Bill, du und der Maxim raste wieder übel aus. Der Typ ist richtig auf Push. Hier, woher links oben, Leute? Und hier wieder einen. Ich hab nochmal einen. Ich hab gerade einen Mega-Headshot kassiert. Eklig. Ich hab noch Minis für dich. Ich gehe mit. Oh, ich habe die Crew-Zone. Oh, nein, Mann. Ich habe... Ich habe Minis. Junge, ich bin immer derjenige, der alle low schießt. Kommt da nie was bei mir an. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Ey, ich wurde so oft meiner Kids hier beraubt. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was hier gerade passiert ist. Ja, aber das war in Mathe. Have a good one, guys. Hallo. Hallo. Hey. 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 Where are you from? I'm from Denmark. Denmark? Oh, our nearest country. Yeah, you're from Germany? No, no. Oh, where are you from? I was kidding. We're from Germany. I can hear the accent. Ah, let's see, let's see. So, we go to the Tilted Towers, then? Yeah, let's die. Hey, we are doing this really nice, man. Let's have some fun, guys. You know, it's all about the fun. It is, it is. How old are you? Don't laugh, man. I'm 32. Oh, that's cool. That's cool. I've been. Oh, dude, 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 dude. Ellie, no. Where in Germany are you from? Cologne. Okay. Where are you from? In Copenhagen, Denmark. I don't know, have you ever been to Denmark? Yeah, I've driven through there. Also Copenhagen. It's a small-ass country, so it doesn't take that long to drive through. Yeah, we did a north trip to Sweden and the whole Scandinavia, and Denmark was one stop of us. It was pretty nice. How long have you guys played Fortnite? Season 2. Okay, cool. So you guys are professionalists. Holy shit. Have a good one, dude. You too, man. Take care. Bye-bye. Hello. Do you have a microphone? Hello. Oh, nice. Hey, how old are you? Where are you from? Denmark. Denmark. Oh, nice. And the other guy, Drew Bito. Oh, he's my little brother. He doesn't have a microphone. How old is he? Okay. Ehm, 10. He's 7. Nice. That's good. That's a nice age to play Fortnite. And let's go battlefields and win this. Yeah. Okay. How old are you? You're 14, right? Oh, 13. Oh, 13. Okay, I see. Did you ever win? You got wins? Yeah, I'm 35. Oh, that's pretty good. And your brother? Let's land at the main house. We are Pro-Players, you know? You know Fnatic? That's my clan. This is my Smurf. Seriously? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, nice. You know Denmark also has one member in the Netherlands. Yeah, I know him. I know him. I don't know him. I don't know him. Your brother is 7 years old, right? No, 10. Ah, 10. Okay, okay, okay. I thought he would do it not like a 7-year-year-old. There's a flight in the NW. Ah, yeah. Okay, I got him. Okay, I got him. Okay, I got him. Oh, come. Now his Warnschaft, his Warnschaft. Schaffst du den, Strubbel? Mir kommt noch ein anderes. Er sieht mich nicht. Stark. Er ist noch einer. Ich bin down, ich bin down. Er hat mir die Geschirrinnen gegeben. Wir können helfen. Oh, no. Die war nicht schlecht, Alter. Na ja, Strubbel. Es ist so, wie es ist, ne? Leute, das war's von Random Squats. Macht's gut. Tschüss. Schaut bei Strubbel vorbei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020